Willkommen zurück zum Let's Play Minecraft In der letzten Folge haben wir hier, äh, oder haben wir damit begonnen dem Wald hier den Kampf anzusagen und auch dieser Spinne da drüben, denn die scheint mir gewaltig aggressiv zu sein die ist im Haus, na toll wieso spawnen die denn da drin, das ist doch alles ausgeleuchtet grrr, blödes Mistvieh ähm oh, ein Apfel und jede Menge Setzlinge so kann man auf jeden Fall Setzlinge farmen so, da drüben bin ich wohl einiges Holz nicht losgeworden, aber jetzt werde ich erstmal diese Spinne hier los Au 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 Aua weg mich stirb und dich krieg ich auch noch Och 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 Wann fiepst ihr denn hier alle rum? Und warum spawnt ihr alle in meinem Innengarten? Okay Egal, aber Der hat mir ein Fein in mein Parkett gejagt Ich glaub das auch Das gibt Rache Ach, ihr spawnt da oben und hier, weil das dunkel ist Bogen, Bogen, Bogen Gut Verdammt, keine Pfeile mehr Okay Und euch lege ich mich jetzt nicht weiter an Hab ich keine Lust zu Ich mach jetzt erstmal das Dach hier fertig um diese Viecher endlich mal draußen halten zu können So Ich mach mir nicht zu Verdammt, der war schon vorher tot Das mit den Silben zählen können die Zombies also auch nicht Okay Ähm Ihr verdammt Mistviecher Äh Mieb Sehr schön So Immerhin bekommen wir jetzt mal ein paar Level dazu Damit wir auch bald mal unsere Ähm 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 Unsere Diamantenrüstung komplett verzaubern können Wenn das denn überhaupt immer noch geht Das weiß ich nicht so genau So Und so Gut Ich baue Holz Ich baue mit Holz Ich baue mit Holz Da muss ich wohl auch noch mal ein bisschen was ausleuchten bald Und Und was ist mit dieser Musik gerade ganz schön laut Ich weiß nicht ob man mich überhaupt noch hört Ähm Ansonsten muss ich da hinterher noch mal ein bisschen was dran Machen So Schwarzpulver Stein Ich habe mich auch nicht mehr brauchen Weil ich keine Pfeile mehr habe So Meine Güte Ich habe Angst Mami Hilfe Fiepst und trappelt und knatscht und sonst was die Fall Okay Okay Ähm So Ich hoffe das Holz reicht noch Denn könnte sonst eng werden Mit dem Hier drin überleben Nein Nein Das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen Ich meine Güte Wie viele Bäume wir abgeholzt haben nur um Hier eine Decke einzuziehen Und wir brauchen noch eine davon im zweiten Stockwerk Oh oh Das werde ich dann aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so groß bauen Ja guck in eine andere Richtung und triff mich trotzdem Was für ein Arschgesicht Ähm Kein Platz mehr Die ganzen Kram hier erstmal reinschmeißen So Oh du hast eine Goldrüstung Da kannst du mal was fallen lassen Oh du hast eine Goldhose Die sogar verzaubert ist Schusssicher und Haltbarkeit Oh Die kommt demnächst rüber ins Äh Große Haus würde ich sagen Und außerdem Will ich jetzt hier mal ein kleines Feuerchen machen Und noch Achso Ich mitnehme die Ofenkartoffel So Feuerfeuerfeuerfeuerlala Ich hoffe mal das fackelt mir jetzt nicht drin irgendwas ab Ah du brennst Ah du brennst Machen wir noch den letzten Schlag und dann haben wir den erledigt So Ich muss jetzt mal gucken dass mir da drinnen nichts abbrennt Sieht aber soweit ganz gut aus Sieht aber soweit ganz gut aus Und dann Können wir hier bald mal neue Bäume Pflanzen würde ich sagen Au Dich kriege ich Und Ey Verdammt Okay die Schau Nein nicht mit Kuh alles wegschmeißen Das bleibt schön hier drin So Schau Hier noch Zack So Einmal ein bisschen äh wieder Feuerteufel Aua Feuerteufel spielen Jetzt muss ich nur wirklich mal aufpassen dass da drüben nichts abbrennt Das könnte nämlich sonst gefährlich werden hier Ah da fängt es nämlich schon an Aus So So Hiervon kann jetzt aber eigentlich nichts mehr abbrennen, hoff ich mal, ja das sollte soweit sicher sein, dann gucken wir mal hier, dass hier jetzt nicht zu viel abfackelt. Und hier nimmt ein bisschen Holz ab, während alles brennt. Wo kommt der denn her? Uiuiui, gut dass wir das überlebt haben. Ja bei der Güte hat man eben fast das ganze Feuer gelöscht. Und den Rest des Feuers isolieren wir jetzt mal. So und dann bleibt der original Wald nämlich erhalten. Und den ganzen Rest sind wir schön sauber los. So. Okay. Okay. Sieht jetzt zwar genauso trostlos aus wie vorher, aber das werde ich auch noch ändern. Dafür ist nämlich der Kies gedacht. So. Ich weiß, dass ich schon wieder mit 26.000 Sachen auf einmal anfange, aber das ist mir auch gerade ziemlich egal eigentlich. so. Das wird jetzt ein Kiesweg, der hier einmal so ausführt. Gut. Hm. Da fehlt ein bisschen Erde. Und... Und damit... Da kommt dann noch eine kleine Hecke drum rum. Dann sieht das Ganze nicht so karl aus. So. Das sollte erstmal reichen. So. So. Oh. Und... Zack. Ups. Reicht natürlich nicht. Okay. Ähm. Dann wenden wir auch mal wieder für heute diese doch recht eignisreiche Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.